Was sie sagen, sie sagen Besitzer, all ihr Herrchen und Frauchen und hört uns endlich zu, bitte, 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 sagt nicht so schrecklich zu uns. Sie sagen, sie wollen nicht auf diese Art verhätschelt werden, sie wollen behandelt werden wie Kameraden und nicht die Kleiderpüppchen. Sie wollen keine kratzigen Polöberchen, sie wollen lieber gekraut werden, sie wollen nicht durch hülfte Suhr- und Jubilheißbänder gedehmigt werden und sie wollen nicht der solchen oberflächlichen und entblutigenden Schönheitsdeblerabenteil nehmen.